Wo bin ich? Hallo, willkommen zurück im Haukenland. Wo sind wir? Im Haukenland. Und jetzt sogar mal so richtig in HD-Stream mit 3,5 Mbit. Ich versuch's mal. Vielleicht klappt's ja. Qualität kann nur besser werden, auch nachher für YouTube. Zwei Leute sind online, Cyrus und Runa. Ich werd jetzt mal zu ihnen stoßen und mir das mal angucken, was die da wieder gebaut haben. Sie streiten sich schon seit ungefähr zwei Stunden ums Aquarium. Ich werd hier wahrscheinlich noch vor der Abspannbarke, Abstoß, irgendwas stehen, wo der Tunnel noch nicht fertig gebaut ist. Gucken. Naja, vielleicht schaffen wir es ja heute mal weiterzubauen. Gucken wir mal. Vorhin hab ich noch in den Stream von, ja das ist für mich Samstag gewesen, reingeschaut. Die 12 Stunden Geschichte, die ich Montag veröffentlicht hab. Ich muss doch sagen, dass ich nach einigen Stunden doch arg abgebaut hab. Bedingt durch den ganzen Alkohol. Also es ist dann schon nicht mehr lustig. Und für manche Leute auch schon nicht mehr nachvollziehbar, was ich da erzählt hab. Und wenn sich da einer auf den Schlips getreten fühlt, dann bin ich da jetzt schon mal um Entschuldigung. Aber jetzt gucken wir erstmal, was das Aquarium macht. Ich hab hier gerade für hier einen am Rappel mit den Viechern. Ja. So, schauen wir mal. Ach du, du kannst große Sprüche kloppen hier. Was ist das denn? Raumpatrouille Orion oder was? Rücksturz auf Vega 9? Warum redest du? Hier, von dieser U-Boot-Röhre hier. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass hier ein paar Hopps gehen. So, dann schluss es bei mir. So, heißt hier U-Boot-Röhre, sieht doch gut aus. Ich sag ja, Raumpatrouille Orion. Das sehe ich als Beleidigung. Wenn du es so auffassen willst. Nee, Jungs, ich lass das so. Da sollen ruhig ein paar Hopps gehen. Komm, wir fahren mal nach unten zu Sarah. Das sind zu viele von den Viechern. Oh, 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 oh. Direkt ein Schleim gefangen, sogar zwei. Ach du, Hilfe. Oh, ihr habt ihr Zumpel in dem Becken, ey. Also auch das mit den Spawnern ist überhaupt nicht übertrieben und so. Ja, ey, deswegen sollen lieber welche verrecken. Das werden auf einmal so unendlich viele. Das hört nicht mehr an. Was natürlich vollkommen überraschend ist, wenn man hier 70 Spawner reinsetzt. Ja, ich dachte, die verrecken und die spawnen wieder. Aber irgendwie, ich komm da, ich bin überfordert. Was ist das denn hier? Eine Ender-Chest? Ganz böse. Warum? Da soll ja keiner drangehen. Das ist einfach nur Deko. So Schatztruhe unter Wasser. Da soll keiner rein in diese Dinger hier. Das Ding ist jetzt, ich muss die Spawner kaputt machen, ne? Jetzt kann ich mir ein leckeres Schleim-Süppchen kochen. Ich will nicht wieder da rein. Wo soll ich denn reingehen? Hier wird die Bandschlauert. Ja, einfach ein Loch rein da, in eine Bude und dann ein paar Spawner kaputt machen. Das wird zu viel. Die flutschen beiden oder so da raus, weil es einfach kein Platz mehr gibt und die einfach alle eingeengt sind. Das sieht ja echt cool aus, ne? Hier ist noch ein Nemo. Das gefällt mir auch richtig gut. Aber das sind zu viele. Das ist zu viel. Bisschen. Naja, meckert mich an. Viel hilft manchmal nicht viel. Ja, aber ihr habt gesagt, die spawnen. Ich wusste doch nicht, was das auch so aussieht. Das habe ich dir gesagt. Ich habe dir vorhin gesagt, das sind nicht so viele Spawner. Ja, und dann habe ich auch keine mehr gesetzt. Ich dachte, das wären nicht zu viele. Hier kloppen sich gerade ein Hai und ein Delfin. Ich glaube, von jedem ein Spawner hätte gereicht, ne? Ja. Wahrscheinlich. Mein Gott, was eine Soundkulisse. Ich bin jetzt. Das sah jetzt so aus, als wenn da ein Haifisch irgendwie so eine Qualle ausgekackt hätte. Ich habe Glasblöcke. Du musst einfach nur einen Spawner kaputt machen. Ach so. Mann, 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 Mann. Habe ich schon kaputt gemacht. Was machen die da bloß? Hält ich hier noch ohne Ende da drin, ne? Zwei stehen da drin. Da standen gerade vier drin. Ja, aber guck doch mal bitte hier. Ich bin doch noch gar nicht fertig, Mann. Ach so. Ja, so geht das schon die ganze Zeit. Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. So, hier habe ich jetzt auch noch zwei kaputt gemacht. Ich weiß zwar nicht, was ich da kaputt gemacht habe, welches Spawner, aber naja. Werden wir wohl sehen. Da sind nur zwei drin, das ist okay. Ja, da kannst du einen kaputt machen, reicht. Jetzt habe ich da auch Sand kaputt gemacht. Ich haue ab hier. Das ist zu laut. Ey, ne, aber ich habe halt jetzt hier drei Tage dieses fucking Aquarium und jetzt habe ich es versucht. Ich habe nichts versaut, weil ich zu viele Spawner da reingehe. Was? Gar nichts versaut. Dafür habe ich mal eben bei einem Rundgang 32 Fische eingesammelt. Dabei magst du so gerne Fisch. Ja. So, alles okay. Denkst du nicht, dass das immer noch zu viele sind? Nein. Dass die Fische sich da erstmal alle gepressen haben, die können hier vielleicht noch einen. 34. Na ja, erstmal. Kommen wir erstmal ab. Mann, 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 Mann. Erstmal abwarten, was jetzt passiert bis morgen. Wenn morgen das Becken platzt, dann müssen wir halt noch weg kaputt machen. Ich habe auch schon 23 Fische, ey. Boah. Ich habe 2x64er-Stack. Also zu fressen gibt es hier satt. Ich kann jetzt erstmal den Lager, die Scheiße da wegbringen und dann ist gut hier. Die. Warum? Unglaublich. Das muss ich aber in der Hand nehmen. Er bleibt ja nicht aus, dass die rausfallen bei der Menge. Manchmal geht es gar nicht, da musst du alles auf die Hand legen. Total blöde, ne? Ja, ne? Das ist ein Fack. Ich muss erstmal jetzt hier irgendwie meine Scheiße alles... Wobei, warte mal. Ja, klar! Ich habe ohne Ende Eier. Wo packen wir denn die Eier hin? Mir ist ja ein Hai vor die Füße gefallen. Keine Ahnung. Ihr seid doch bekloppt, ey. Der Hinterlassenschaften. Äh, passt nicht. Sie ist voll. Ja, muss ich nicht. Du magst mir jammern. Dabei habe ich hier jetzt vorher alles gesagt. Komm mal bitte in Stockwerk 3 jetzt. Das ist doch... Ich bin voll wie... Weiß ich nicht, aber ich komme in Stockwerk 3, wenn ich es nicht glücklich mach. Ja, es macht mich glücklich. Wo kann man denn hier mal? Ja, das sieht echt cool aus. ich lege die einfach in den kühlschrank ich blick hier überhaupt nicht mehr du ich hier bin ich richtig da draußen schon wieder so eine wisp ich werde sie eh nicht essen ich stelle mich einfach mal hier so hin mal gucken ob sie mich bemerkt ich will jetzt erst mal hier mein inventar irgendwie leer kriegen kann ich da kommt wegschmeißen ich glaube sie hat mich gar nicht gesehen das sind nur platten hast du das hier alles ausgewechselt kann man hier was kann man denn mit den eiern machen da ist jetzt nur noch fleisch und das gemüse oder obst quasi über der anrichte in den cupboards ja sehe ich gerade und unten sind ja auch noch mal zwei da habe ich jetzt unten sind auch zwei cupboards die habe ich jetzt das ding ganz reingepackt die eier und den fisch du stehst auf dem aufzug nein ich habe mich verfahren ich komme hier nicht weg ich habe noch mehr eier sehe ich gerade ich bin einmal runtergefahren ja aber das konnte ja jetzt auch keiner ahnen dass das hier so endet mit den scheiß da ja aber keiner gewusst keine frau nur ein sohn ärgere mich nicht kohle kohle das passt ja nicht mehr ich muss ja noch eine zweite hinterlassenschaft in ruhe hinstellen das ist alles die schuld vom schwarzen mann ja ich bin nicht immer schuld der schwarze mann ist schuld der hätte ja mal sagen können hier das ist nicht so gut was du da machst ja nicht so dass ich dir das nicht gesagt habe du hast das nicht gesagt auf mich hättest du ja auch nicht gehört ich höre doch gar keinen nachher aber meckern ja genau erstmal mein kack Inventar leer kriegen hier blumentopf brauchen wir nachher zum dekorieren ja das sieht schon ganz gut aus das ist auch zum dekorieren die eier kommen oben in den schrank ja tun die in den mittleren cupboard an der decke da tue ich meine jetzt auch rein zack ne ich habe gerade eben noch gesagt dass ich die unten in den cupboard gepackt habe so da neben der spüle eigentlich muss ich jetzt erstmal nach hause und nicht nur müll abladen und plören sondern auch mal hingehen und neue goldschienen machen ja ja kann ich dir noch was mitnehmen hier ja dann hab ich die batterie in der hand auf einmal merkwürdig ähhh sie hören merkwürdige geräusche ey sag mal wollen wir mich jetzt hier veräppeln kuckuck kralle kralle So, Erde. Jetzt geh ich nochmal hoch, die Eier abladen. Boah, ich mag es, wie du Eier sagst. Home 2. Ab nach Hause. Was ist denn? Was ist hier nicht in Ordnung? Ah, jetzt. So langsam weiß ich, wo was ist hier, ey. So, Strip-Fish-Egg. Purple, Yellow, Green, Strip-Dar. Orange. Orange? Orange.